Howdy Leute, euer Mif Taka hier und wir haben brandheiße News, was First Descendant angeht. Und zwar, der Entwickler hat sich zu Wort gemeldet in diesem kleinen Text hier, ich werde das jetzt nicht vorlesen. Sie haben das ganze Feedback mitbekommen, was natürlich den Update-Plan anging von Season 1, dass wir das Ganze eingeteilt haben in drei Updates, die dann einmal am 29. August, 26. September und 30. Oktober gekommen wären und haben die Entscheidung getroffen, weil das eben nicht so gut bei uns ankam, das Ganze umzuändern. Und zwar haben wir das jetzt folgendermaßen, wir bekommen ganz normal am 29. August das erste Update, wo wir die Invasions-Dungeons bekommen, Hayley, die Season-Verbesserung, also das Reinforcement-System, den Battle Pass mit der neuen Ultimate-Waffe etc. pp. und dann wurde Update 2 und Update 3 zusammengelegt und kommt am 10. Oktober. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, wir verlieren ein paar Tage zu Update Nummer 2, was zum Beispiel der neue Koloss, der wäre mit Update 2 gekommen, das heißt vom 26. September verschiebt sich das auf den 10. Oktober, aber das letzte Update, wo dann auch Ultimate Trainer kommt, die neuen Ultimate-Module, die Transcendent-Module und so weiter, kommt 20 Tage nach vorne. Overall muss ich sagen, ich finde es so ein bisschen besser, ja, finde das nicht verkehrt. Ich finde es immer noch sehr fragwürdig, dass die Transcendent-Module für Hayley dann auch erst kommen, die sollte man einfach, wenn ein Nachfahre released wird, sollten auch die Transcendent-Module dafür kommen, das ist meine Meinung. Aber ich muss grundsätzlich erstmal sagen, Hut ab dafür, dass sie einfach so schnell darauf reagiert haben und auch so schnell so eine, ich sag mal, ja, schon eine wichtige Entscheidung getroffen haben, um zu sagen, okay, pass auf, wir legen das zusammen und bringen das dann einfach zusammen als Update 2 raus. Ja, sie wollen auch jetzt quasi für die nächsten Seasons das Update-System, das wollen sie auch anpassen. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, jetzt habe ich schon viele Kommentare gelesen, oh, Nexon, ihr seid die Besten und reagiert auf die Community. Ja, das auf jeden Fall, sie reagieren auf die Community. Die Intention dahinter ist aber, glaube ich, immer, also ich glaube, manche Leute haben da ein bisschen ein falsches Bild. Ähm, ich will Nexon jetzt da gar nichts, wir lassen mal die Vergangenheit beiseite, ja, was die schon gemacht haben, ja, an Schmuh und so, das lassen wir mal beiseite. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Ähm, aber die Intention dahinter, also wir wollen keine Freunde hier werden, ja, das ist ein Business für die und sie versuchen, eine Marke zu etablieren und versuchen natürlich, weil das Spiel hat natürlich, was ein normaler Prozess ist, ja, Release des Spiels, so und so viele Spieler, äh, zwei Monate später oder anderthalb Monate später nur noch so und so viele Spieler, weil irgendwann kristallisiert sich quasi eine Core-Community raus, die dann dabei bleiben wollen und die versuchst du auch nicht zu verärgern. Das heißt, ich will jetzt Nexon gar nichts nachsagen und grundsätzlich ist mir die Intention dahinter auch erstmal egal. Ja, das ist halt ein wirtschaftlicher Aspekt. Man sagt, okay, pass auf, wir dürfen die Leute nicht verärgern. Was können wir machen, um die bei der Stange zu halten? Alles klar, komm, wir reagieren da drauf und wir packen denen die Updates zusammen. Das ist auch okay. Das ist auch nichts Verwerfliches, aber ihr solltet ein bisschen, das schon so ein bisschen unterscheiden, also das, so ihr wisst, was ich meine. Die machen das nicht aus Jux und Dollerei und weil sie uns alle so toll und lieb haben, sondern die machen das natürlich, weil es aus wirtschaftlicher Sicht jetzt gerade die richtige Entscheidung gewesen wäre, wenn sich da irgendwo einen Shitstorm anbraut, dagegen zu reagieren und einfach zu versuchen, die Massen zu beruhigen. Und das ist auch völlig okay. Das ist auch fair. Und ja, ich finde es gut und dafür muss ich ein Lob aussprechen, dass sie wirklich so schnell reagieren. Das muss man denen ja wirklich lassen. Da wird wirklich schnell reagiert. Da werden schnell Entscheidungen getroffen, was auch nicht immer überall der Fall ist. Ja, und das ist im Endeffekt jetzt quasi der neue Update-Plan. Und ich finde es gut. Ich bin gespannt. Nur wie gesagt, das mit den Transcendent-Modulen, das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Denn das sollte einfach in der Zukunft so gemacht werden, dass, wenn ein neuer Descendent kommt, auch direkt die Transcendent-Module mitkommen. Aber ja, so haben sie natürlich einen Grund, dass du später nochmal, ah, jetzt gibt es die Transcendent-Module, ich will Hayley nochmal für dich machen. Ich gehe nochmal rein. Ja, trotz alledem, Hut ab, Nexon. Gut und schnell reagiert, so muss das sein. Ja, aus welcher Intention auch immer. Das ist für mich da absolut nebensächlich erstmal. Es wurde reagiert und das ist gut und dafür meinen Respekt. Ja, Leute, das war es schon wieder von mir. Heute Abend live auf Twitch. Ja, guckt vorbei. Wir machen ein bisschen Season 1 Prep noch. Und wir gucken mal wahrscheinlich noch ein bisschen Division 2. Ja, wir machen im Moment ein bisschen Variety. Wir schauen einfach mal. Leute, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.